Es gibt heute Gulasch, den hatte ich mir zu Hause schon mal gekocht und da war noch ein Portion übrig. Ja, ich bin momentan im Urlaub, ich habe drei Wochen Urlaub und bin über Polen erst mal hierher nach Dolny Morawa gefahren. So, Skybridge 721 oder wie die heißt, ich habe jetzt nie hier offen. Ja, und da war ich heute über die Brücke, bin aber verbotenerweise wieder auf der Eingangsseite wieder raus. Eigentlich ist es eine Einbahnstraße, aber die, ich sage mal, 30% der Leute, die da drauf sind, die sind auf der selben Seite wieder raus. Da ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, erste Nacht habe ich in Polen an einem Stausee kurz vor Breslau geschlafen. Und heute bin ich ja ganz kurz am Ortseingang von Dolny Morawa. Hier ist so ein kleiner Parkplatz, wo hauptsächlich Wohnmobile stehen und auch einige übernachten. Also, jetzt sind hier noch ein Pärchen mit so einem Minicamera weiter vorne, das habe ich auch ein Bild gemacht, welche mit einem Dachzelt. Hier drüben stehen noch zwei Wohnmobile, da habe ich noch niemanden gesehen. Und, ja, jetzt werde ich hier die Nacht verbringen. Und dann darf ich mal sehen, was wir hier machen. Da will ich dann Richtung Slowakei zur Zipser Burg fahren. Ich bin hier auf der längsten Hängebrücke Europas. Das ist 700 Meter, 721 Meter lang. Das schaukeln tut ich wohl ganz schön. Aber nur, wenn man stehen bleibt, während man läuft, merkt man es nicht. Das ist kein Diener, bei mir. Oh ho 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020